Mit Nord Stream 2 wurde angegriffen und es wurde hier ein schwerer Schaden hervorgerufen, der die Energieversorgung Europas und vor allem Deutschlands massiv beeinträchtigt. Schweden wollte zusammen mit Dänemark und Deutschland eine Untersuchungskommission machen und diesen Vorgang untersuchen. Schweden hat nun sich daraus zurückgezogen und hat unter Verweis auf die nationalen Interessen hier diese Information nicht weitergegeben. Das ist also europäische Solidarität. Ich glaube nicht, denn das verstehe ich etwas anderes darunter. Hier steht bei mir der Eindruck und nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen, dass hier bewusst etwas unterdrückt werden soll, weil es nicht in das Narrativ passt, das hier verbreitet wird. Deshalb meine konkrete Frage an Sie. Hat die Kommission Informationen über den Sachstand der Ermittlungen und wenn ja, welche sind das und wenn nein, warum nicht? Danke. Herr Vizepräsident. Sorry. Ich würde jetzt eigentlich nicht diese Gelegenheit nutzen wollen, um hier einen Detektiv zu spielen.